Ja, mein Vortrag handelt von der Frage, inwiefern kollektive Personen Lebensformen sind und genauer genommen Lebensformen zweiter Stufe. Der Vortrag ist hervorgegangen aus einer Habilitationsschrift, die ich kürzlich in München eingereicht habe und eine gewisse Form von Exkurs darstellt, wo ich meine Theorie der personalen Lebensform, die individuell ist, auf kollektive Personen übertrage. Das möchte ich heute zur Diskussion stellen. Ich werde dazu ein bisschen ausholen, nämlich erst was eben sagen zur Konstitution individueller Personen, dann auf die individuelle personelle Lebensform eingehen, dann übergehen auf kollektive personelle Lebensformen und ausblickend etwas sagen zur Normativität von Kollektivpersonen, wie sie sich aus meiner Konzeption von Lebensformen, von personaler Lebensformen ergibt. Also das ist so ungefähr das Programm. Meine These ist, wir können erst dann die Identität kollektiver Personen genau bestimmen, wenn wir die Identität der individuellen Personen bestimmt haben, aus denen sich kollektive Personen zusammensetzen. Also das wäre so ein bisschen die Gegenthese von dir, Hendrik, zu deinem Vortrag. Ich setze sie ganz stark von der individuellen Person an und gehe davon aus. Anders formuliert, die Identitätsbedingungen kollektiver Personen müssen und können aus den Identitätsbedingungen individueller Personen heraus entwickelt werden. Genau genommen individueller Lebensformen, personaler Lebensformen. Ich werde noch genauer sagen, was darunter zu verstehen ist. Jetzt gehe ich ein bisschen auf den Forschungskontext, auf die Diskussion ein, die sich um diese Debatte von individuellen Personen dreht. Die Frage, was wir eigentlich sind und worin unsere Identität besteht, wird in der philosophischen Debatte ontologisch ganz unterschiedlich beantwortet. Manche Theoretikerinnen und Theoretiker vertreten die These, wir, das, was uns ausmacht, das ist der tierische Organismus. Wir sind wesentlich essentiell, unsere Identitätsbedingungen hängen von den Organismen ab, die uns konstituieren. Wir sind menschliche Tiere, das sagt der Animalismus. Eine andere Antwort auf die Frage, was wir wesentlich eigentlich sind, wäre, wir sind selbstbewusste Wesen. Kurz formuliert, das ist dieser Meolokianismus. Das beginnt auf John Locke. Dann gibt es noch eine sehr interessante dritte Position. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber die drei scheinen mir ontologisch besonders zentral zu sein. Die These, wir sind selbstbewusste Wesen, die durch ihren Körper, Organismus konstituiert werden. Das ist die Konstitutionsthese. So, und jetzt gibt es hier ein Meisterargument des Animalismus. Das ist also ein Argument, das sehr, sehr viele Theoretikerinnen und Theoretiker vertreten. Also die These, dass wir wesentlich menschliche Tiere sind, das geht folgendermaßen. There is a human animal sitting in your chair. The human animal sitting in your chair is thinking. You are the thinking being sitting in your chair. Hence, you are that animal. Das ist dieses Meisterargument von Eric Oldson. Also wir, unsere Identitätsbedingungen, selbst wenn wir denken und so weiter, kognitiv präsent sind, sind eben immer noch tierisch, organisch zu verstehen. Wir können noch so viel denken. Wir werden dadurch keine denkende Substanz und so weiter und so fort. Das ist dieses Argument. Und jetzt gehe ich auf Locke ein, gegen den sich auch ein bisschen dieses Meisterargument wendet. Noch mehr natürlich auch dann gegen die Konstitutionstheorie. John Locke unterscheidet bekanntlich zwischen drei Formen von Identität und ihren Prinzipien. Erstens Substanz. Substanz versteht ihr eigentlich nur als Aggregat, also als Zusammenloser, Zusammenschluss von Teilchen. Und wenn ein Teilchen fehlt, dieser Substanz, dann ist es schon nicht mehr dieselbe Substanz. Das ist also ein bisschen ein spezieller Substanzbegriff. Dann the same man. Also der Mensch, das ist dann ungefähr das, was der Animalismus vertritt. Das ist die Identität des Lebens, der Organismus, der sich vorantreibt und der nicht abhängig ist von der einzelnen Teilzusammensetzung, sondern eher von der Form, in die er die Teilchen integriert. Also hier kann ein Teilchen wegfallen. Wir sind trotzdem noch derselbe Mensch, derselbe Organismus. Und dann gibt es eine Steigerung hin zur Person. Die Person ist durch Selbstbewusstsein charakterisiert und gar nicht mehr abhängig von der Substanz, die dieses Selbstbewusstsein hat. Also unser Selbstbewusstsein kann sich manifestieren in ganz verschiedenen Substanzen. Er könnte auch in den kleinen Finger wandern, sagt er. Also die Identitätsbedingung der Person ist nicht ihre organische Substanz, sondern das Selbstbewusstsein, unsere Erinnerung. Soweit wie die Erinnerung reicht, so weit reicht unsere Identität, sagt er an einer Stelle. Man, Person und Substance are three names standing for three different ideas und dementsprechend auch für Identitätsprinzipien. Jetzt ist eben dieses Problem der Frage nach dem Verhältnis von Man und Person, also menschlicher Organismus und Person. Wie ist dieses Verhältnis zu denken? Da arbeitet sich die ganze aktuelle Debatte um die Konstitution personaler Identität ab und eben auch die Konstitutionstheorie, die von Lynn Ruther Baker besonders präsent gemacht wurde, schließt hier an, wenn auch nicht genau im Sinne der logischen Theorie. Sie sagt, Constitution is a very general relation, ubiquitous in the world. It is a relation that could hold between granite slabs and war memorials, between pieces of metal and traffic signs, between DNA, molecules and genes, between pieces of paper and dollar bills, things of basically different kinds that are spatially coincident. The fundamental idea of constitution is this, when a thing of one primary kind is in certain circumstances a thing of another primary kind, a new thing with new causal powers comes to exist. Also Konstitutionsrelation gilt für Lynn Baker nicht nur für Personen und ihre sie konstituierenden Körperorganismen, sondern eben für alle möglichen Phänomene auf unserer kulturellen Welt. Jetzt wendet sich diese Konstitutionstheorie von Lynn Baker vor allem gegen den Animalismus von Eric Olson, besonders prominent vertreten. Sie sagt nämlich jetzt, according to Animalism, there is no ontological distinction between us and earthworms. By contrast, I think that metaphysics should tell us about what is fundamental to our being, the kind of thing that we are, opposed to earthworms, and about what is significant about us. Also, hier sieht man jetzt bei Baker, dass sie sagt, der Animalismus, auch wenn er unsere Identität ziemlich scharf begründet, ontologisch, dem fehlt was. Nämlich könnte man sagen, es ist eine gewisse normative Auszeichnung. Wir sind doch als Personen nicht nur Lebewesen, weil das ist die Identität von Würmern, sondern unsere Identität scheint eine gewisse Form von Normativität zu beinhalten, die nicht aufgeht im bloßen körperlich-organischen. Weiteres Zitat, On the Constitution view, what makes a human person a person is the capacity to have a first-person perspective. What makes a human person a human is being constituted by a human organism. Also die erste Personenperspektive, das ist das, was sich von John Locke leidt. Das ist das, was dann eben den bloßen organischen Körper zur Person erhebt. Die Frage ist eben nur, wie ist das Verhältnis von organischem Körper zur Person, die dieses Selbstbewusstsein hat. On the Constitution view sagt sie, being a person determines a person's persistence conditions. On the animalist view, being an animal determines a person's persistence conditions. Also die Konstitutionsthese sagt, dass die Person die Identitätsbedingungen vorgibt. Der Animalismus sagt, dass das, was die Identität einer Person ausmacht, eben der tierische Organismus ist. Hier unterscheiden sich diese zwei Theorien grundsätzlich hinsichtlich ihrer Identitätsprinzipien. Und jetzt noch ein Zitat, the Constitution view holds that we are not identical to the animals that constitute us. Das ist die entscheidende These, an der sich auch die ganze Debatte eigentlich aufhängt. Wir sind nicht identisch mit diesen lebendigen Organismen, die uns auch rekonstituieren. Aber wie ist dann dieses Verhältnis eben zu denken, wenn es keine Identität ist? Sie sagt, Constitution is a relation of unity, unity without identity. Also wir gehen eine Einheit als Person mit unserem Körperorganismus ein, untrennbar, aber nicht identisch. So nahe an Identität, numerische Identität, wie es nur geht, aber doch nicht Identität. Weil dann wären wir ja wieder auf der Seite des Animalismus. So und jetzt kann man sich denken, diese Konstitutionsrelation, die aber auch schon ein bisschen den Neolokianismus betrifft, ich darf erinnern an dieses Verhältnis von man und person bei Locke, das ist eben jetzt großer Kritik ausgesetzt. Eric Olson sagt zur Konstitutionsrelation, Zitat, Also die Unterstellung ist jetzt hier, dass Baker die These wird, in ihrer Konstitutionstheorie, dass das Tier, das uns konstituiert, eigentlich nicht denkt. Nur wir als Person eben denken, dank der ersten Person-Perspektive. Derek Parfit hat einen ähnlichen Einwand gebracht, der jetzt aber eher die Locke's Theorie des Verhältnisses von man und person betrifft. Also es kann eigentlich nicht sein, dass das Tier denkt und die Person denkt, die durch das Tier konstituiert wird. Da haben wir zwei Denker zu viel. Baker löst dieses Problem nebenbei gesagt dadurch, dass sie sagt, das Tier denkt nur in einem abgeleiteten Sinn, die Person in einem wesentlichen unabgeleiteten Sinn. Ich glaube, diese Unterscheidung zwischen abgeleitet Denken und unabgeleitet Denken, das bringt nichts. Entweder wir denken oder wir denken nicht. Ich glaube, da gibt es keine Modifikationsmöglichkeiten dazwischen. Jetzt komme ich auf die personelle Lebensform zu sprechen. Ich glaube, wir müssen so eine personelle Lebensform entwickeln, um dieses Problem zu lösen, dieses Too-Many-Thinkers-Problem und eben auch eine gewisse normative Signifikanz, unsere Identität als Person gegen den Animalismus zu behaupten. Also ich versuche jetzt, für eine personelle Identitätstheorie zu argumentieren, jenseits von Animalismus und Konstitutionalismus mit ihren jeweiligen Problemen. Und dazu ist es ganz wichtig, zwischen biologischer Artform und biomorphischer, so nenne ich sie, Lebensform zu unterscheiden. Diese Unterscheidung von Lebensform und Artform wurde in der neueren Debatte immer wieder gemacht, wenn auch auf eine andere Weise, wie ich sie jetzt versuche zu machen. Georg Töpfer sagt hier über Lebensform. Der Begriff ist ja auch völlig unklar. Er wird manchmal sprachphilosophisch gebraucht bei Wittgenstein. Er wird soziologisch gebraucht, politisch gebraucht. Er hat hier einen biologisch-ontologischen Begriff von Lebensform, genauer gesagt, einen ökologischen. Er sagt, eine Lebensform ist ein ökologisch-morphologischer Typ von Organismen, der als Anpassung an bestimmte Umweltbedingungen entstanden ist. Grundlage für die Zuordnung von Organismen zu einer Lebensform ist somit nicht ihre genealogische Verwandtschaft, das wäre die Artform, sondern ihre Ähnlichkeit in äußerer Gestalt und Lebenseise. Also manche Philosophinnen und Philosophen sprechen auch von biografischer Lebensform im Gegensatz zu biologischer Artform. Weiteres Zitat von Töpfer. Die Lebensform betrifft die Gestalt eines Organismus, in der sich sein Verhältnis zur Umwelt ausdrückt. Hier haben wir wieder so eine leicht holistische Dimension. Die die Lebensform betrifft. Und das setze ich jetzt an an dieser Unterscheidung von Artform und Lebensform. Allerdings jetzt so, dass die Lebensform nicht dualistisch von der Art von Getrenntes ist. Da hätten wir wieder das Too-Many-Thinkers-Problem. Wir müssen in der individuellen Person Artform und Lebensform so integrieren, dass erstens eben kein Too-Many-Thinkers-Problem entsteht. Das ist die Stoßrichtung gegen die Konstitutionsthese und den Neolokianismus. Und zweitens auch kein Reduktionismus entsteht gegen den Animalismus, der unsere Identitätsbedingungen qualitativ mit den von Würmern begleichsetzt. Und eben die normative Signifikanz, die doch zu unserer Identität als Person zu gehören, scheint nicht berücksichtigen kann, ontologisch. Dazu sind jetzt zwei Schritte nötig für diese Entwicklung der Personal-Lebensform. Wir müssen das individuelle menschliche Leben komponieren, also die Kompositionsrelation. Da gehe ich auf Peter van Inwegen ein. Dadurch wird die Identität gewahrt unter der Artform. Da spielt die Artform hinein. Und dann müssen wir, und das nenne ich jetzt Konfiguration und Infiguration, wir müssen die personelle Lebensform, was genau das ist, erkläre ich noch näher, in das unter der Artform individuell komponierte menschliche Leben einbeziehen. Wir müssen die Lebensform infigurieren. Und zwar zur Vermeidung eines Speziesismus. Das heißt, die Lebensform ist nicht reduziert auf die menschliche Artform. Diese personelle Lebensform könnte auch von außerirdischen Personen exemplifiziert werden. Und sie dient eben auch neben der Vermeidung des Speziesismus auch zur Auszeichnung, zur normativen Auszeichnung der Person. Ja, wie kann man das jetzt genau verstehen? Ich sage jetzt Folgendes. Die personelle Lebensform ist nicht so zu verstehen, dass sie eine separate Form neben der menschlichen Artform darstellt, sondern vielmehr so, dass sie, indem sie sich reflexiv auf das Leben unter der Artform bezieht und daraus Bestimmung gewinnt, existiert. Also kein Dualismus, dagegen möchte ich argumentieren. Die personelle Lebensform stellt also eine Art internen Rahmen dar, der bestehende Vermögen unter der Artform, also biologische Vermögen, in sich auf eine spezifische, das heißt reflexive und intersubjektive Weise verbindet. Die Form betrifft die Form der Vermögen, die uns als natürliches Individuum ausmachen. Und diese Lebensform, die unsere biologischen Vermögen konfiguriert, infiguriert, die macht uns dadurch zur Person. Damit stellt die Kombination von Infigurations- und Konfigurationsrelation eine Alternative jenseits von Additions- und Transformationsmodellen dar, die auch in der gegenwärtigen Debatte vertreten werden. Sie addiert nicht die personelle Lebensform auf die Artform, sodass sich ein Schichtenmodell von Vermögen ergibt, dass man sagt, da kommt halt noch das Vermögen der Subjektivität hinzu bei Personen, dass das bloße Tier nicht hat, das wäre so ein Additionsmodell. Noch ersetzt sie diese Transformativ. Das machen die Transformationstheoretikerinnen, Theoretiker, die sagen, es gibt das Tier und dann gibt es aber das Vermögen der Vermunft und dadurch wird das Ganze transformiert zur Person. Vielmehr bringt sie diese Infigurationsrelation, die Vermögen des Individuellen unter der Artform komponierten Lebens in neue Relationen, sodass diese im Verbund auf eine neue, nämlich intersubjektive Weise aktualisierbar werden. Also hier in diesem Verbund der Vermögen, der neu konfiguriert wird, da steckt das Personale, das die Lebensform als Person ausmacht. Jetzt kann man sich das formalisiert so denken in Anknüpfung an Peter von Inwegen. Es gibt ein Y, die Xe komponieren Y biologisch, wenn die Aktivität der Xe ein menschliches Leben komponiert, wobei die Xe materielle Teilchen sind. Das ist also der Animalismus. Das reicht aber nicht. Dadurch hätten wir eben nicht diese normative Signifikanz in der Person erreicht, wenn wir nur so Personen denken würden. Wir brauchen noch diese Infigurationsrelation dazu. Es gibt ein Y, die F, das Lebensform konfiguriert, beziehungsweise infiguriert Y biomorphisch, wenn F die Vermögen von Y erstens reflexiv und zweitens intersubjektiv ausrichtet, wobei F die Personallebensform ist und Y das individuell unter der Artform komponierte menschliche Leben, wie eben hier bei dieser Formalisierung darüber. Ja, das war jetzt recht abstrakt. Jetzt möchte ich das mal versuchen anzuwenden auf Personenvereinigung. Also juristische Personen, jetzt abgegrenzt von rechtsfähigen Stiftungen, die ja auch juristische Personen sind, die aber keine Mitglieder haben. Darauf hat mich auch dankenswerterweise Herr Kari immer gut hingewiesen. Also ich spreche von Personenvereinigung. Kollektivpersonen zeichnen sich gegenüber natürlichen Personen wie Menschen. Sie sehen dadurch aus, dass sie nicht unmittelbar als organische Lebenswesen charakterisiert werden können, beziehungsweise unmittelbar keine natürliche Art zur Basis haben, die sie infigurieren. Doch besitzen Kollektivpersonen gleichwohl Vermögen. Sie sind Träger von Rechten und Pflichten und sie existieren auch individuell voneinander, klar abgrenzbar und eigenständig. Darauf hat Nico Strohbach in einem interessanten Artikel, wie ich finde, zurecht hingewiesen. Jetzt gibt es zwei entgegengesetzte Auffassungen bezüglich der Identität von Kollektivpersonen. Einmal die Fiktionstheorie, die auch manchmal so ein bisschen Eliminativismus genannt wird oder Singularismus. Da gibt es dieses Zitat, sind künstliche, durch bloß Fiktion angenommene Subjekte. Da ist dieser prominente Theoretiker Friedrich Kahl von Samini schon sehr alt. Und dagegen gesetzt ist die Theorie der realen Verbandspersönlichkeit, die Kollektivperson oder die Theorie des Spiritualismus bezüglich kollektiver Personen. Demnach die kollektive Person als, Zitat, ein selbsttätig in die Außenwelt eingreifendes Subjekt gefasst wird. Und demnach das menschliche Gemeinleben als ein Leben höherer Ordnung betrachtet werden kann. Dem sich das Einzelleben natürlicher Personen eingliedert. Sie ahnen, wer es ist, das Otto von Gierke. Ähnlich Tönnies und nicht ganz so, aber in die Richtung des Realismus. Er listpetit, darauf hatte ja schon ein Redner hingewiesen vorhin. Also hier finde ich ganz interessant, die Zitat von Gierke. Er spricht von Leben höherer Ordnung. Das ist mir sehr sympathisch. Ich spreche auch von Lebensformen, indem sich das Einzelleben natürlicher Personen eingliedert. Das ist mir sympathisch. Jetzt ist aber nur die Frage, wie diese Eingliederung zu verstehen ist. Da sagt jetzt Gierke nichts Genaueres drüber. Luther Janssen hat darauf hingewiesen, dass Personenkollektive sich zu Kollektivpersonen gewissermaßen wie ein Steinhaufen zu einem Haus verhalten. Das finde ich auch zentral. Es geht hier um ein Organisationsprinzip. Die Frage ist jetzt nur, wie muss die individuelle Person integriert werden in die kollektive Person? Das ist die ontologische Frage, an der alles hängt. Jetzt argumentiere ich gegen Gierkes Vitalismus, weil Gierke sagt, die Tat wird betrachtend, dass soziale Ganze gleicht dem Einzelorganismus als ein lebendiges und ordnen die Gemeinwesen zusammen mit den Einzelwesen, dem Gattungsbegriff des Lebens unter. Das finde ich zu vitalistisch. In der Literatur wird es auch Animismus genannt. Ich glaube, hier ist eine zu nahe Analogie zum natürlichen Leben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Gierke hat noch eine Theorie und die finde ich auch problematisch. Er sagt, nach der Theorie der realen Verbandspersönlichkeit gilt, dass die innere Struktur eines Ganzen, dessen Teile Menschen sind, von einer Beschaffenheit sein muss, für die das Naturganze kein Vorbild bietet, sagt er jetzt wieder. Dass hier ein geistiger Zusammenhang stattfindet, der durch psychisch motiviertes Handeln hergestellt und gestaltet, betätigt und gelöst wird. Dass hier das Reich der Naturwissenschaft endet und das Reich der Geisteswissenschaft beginnt. Also trotz dieses Vitalismus, sagt er, hier gibt es eine Art von geistigem Leben. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie verhält sich dieses geistige Leben der Kollektivperson zur naturalistisch bestimmbaren, individuellen Natur der natürlichen Person? Und mir scheint, dass aus Gierkes Theorie ein Too-Many-Thinkers-Problem zweiter Stufe entsteht. Er hat hier einen Dualismus, er sagt vielleicht, die Kollektivperson emergiert da auf der natürlichen Person, dann denkt die eine und die andere, ist ganz ähnlich diesem Too-Many-Thinkers-Problem, er hat hier einen Dualismus und ich glaube, das ist unbefriedigend. Also wie müssen wir jetzt einen Mittelweg finden zwischen zu schwacher Fiktionstheorie und zu starker Theorie der realen Verbandspersönlichkeit, wie sie in meinen Augen eben von Gierke vertritt. Und ich versuche jetzt hier wieder meine vorher entwickelten Kategorien anzuwenden, diesem aber nicht auf die individuelle Person, sondern auf die kollektive Person. Also das Verhältnis von natürlichen Personen zu juristischen Personen kann im Sinne der Kompositionsrelation bestimmt werden, da diese eine Identitätsrelation bezeichnet. Hier David Lewis hat darauf hingewiesen, ich zitiere, Die Aktivität der natürlichen Person als personelle Lebensform komponiert die kollektive Person analog zur Komposition des individuellen Lebens durch die Aktivität seiner Materie. Teilchen, nun aber eben nicht im biologischen, sondern im biomorphischen Sinne, wie ich eben vorher entwickelt habe. Man kann das folgendermaßen formulieren, es gibt ein Y, die Xe komponieren Y-biomorphisch, wenn die Aktivität der Xe eine Kollektivperson konstituiert, wobei die Xe natürliche Personen sind. Der Unterschied der Kompositionsleistung von natürlichen Personen gegenüber materiellen Teilchen besteht darin, dass natürliche Personen bereits hinsichtlich ihres individuellen Lebens unter der Artform durch materielle Teilchen komponiert sein müssen. Deswegen sind Kollektivpersonen Komposition zweiter Stufe. Jetzt ausblickend möchte ich noch die Frage nach der Normativität von Kollektivpersonen aufwerfen. Die Verteilung von Ämtern und Funktionen von Macht und Vermögen ist innerhalb der Kollektivperson durch die personelle Lebensform bestimmt. Insofern dazu reflexiv auf intersubjektive, normgeleitete Verfahren der Verteilung rekurriert werden muss. Also auch in der Kollektivperson trägt die biomorphische personelle Lebensform, auch die ist dort vorhanden und die gibt dem Ganzen seine Identität. Es handelt sich bei Kollektivpersonen also nicht um eine Infiguration, die sich im Rahmen des Lebens unter der Artform vorzieht, sondern im Rahmen der personellen Lebensform selbst. Insofern sich die individuierte personelle Lebensform kollektiv auf sich selbst bezieht. Kollektivpersonen sind deswegen, so meine These, Lebensform zweiter Stufe. Allerdings, und das ist jetzt eine Einschränkung gegenüber der natürlichen Person, natürlichen Lebensform, Personal, ist die Identität der Kollektivperson nicht in jeder Hinsicht vergleichbar mit derjenigen einer natürlichen Person. Ich spreche hier von einer axiologischen Identität, also die normative Dimension der Kollektivperson ist weitaus reduzierter. Zwar geltend versiehen nach dem Grundgesetz auch Grundrechte, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. § 19 Absatz 3 Grundgesetz. Doch besitzen juristische Personen jetzt eben im Sinne der Kollektivperson, nicht im Sinne der Stiftung, keine absolute Würde. Das heißt auch kein Recht auf Leben, beziehungsweise kein Recht auf Fortbestand. Also es wäre hier kein moralisches Vergehen, wenn wir durch irgendwelche Gründe jetzt eine Kollektivperson auflösen würden. Es hätte juristische Konsequenzen, aber moralisch wäre das nicht so zu bewerten, wie wenn wir einer natürlichen Person ein Ende setzen würden, indem wir sie zum Beispiel töten. Darauf hat Schwab-Löning 2016 am Ende hingewiesen. Ja, das war es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich verweise noch auf zwei Aufsätze, ein Buch und einen Aufsatz, die ich geschrieben habe. Und zwar hier The Unity of a Person. Da habe ich diese Theorie jetzt nicht mit Blick auf Kollektivperson, aber mit Blick auf die individuelle Person thematisiert. Das ist ein Buch und ein Buch und ein Buch. Das ist ein Buch und ein Buch und ein Buch.